Wo gibt's denn was? Umziehtechnisches. Ich weiß nicht, ich renne erstmal nochmal die Straße rund. Das macht so viel Spaß. Links von dir gibt's was. Wo? Was? Wo? Ich hab's markiert. So, erstmal hol ich mir Kohle. Danke. Ich seh nix. Ich hab das auf der Karte markiert. Jetzt hier geradeaus weiter. Und dann direkt hier unten. Ist ein... Ach shit, das ist Rusty's Needle. Coo. Nein, fuck. Ne, mach das mal nicht, sonst triggerst du die ganze Zeit die Leute wieder. Da! Nobody loves me. Nobody loves me. Fuck. Was machst du denn, Alter? Was treibst du denn hier? Wie ist ne Ampel genau auf den Kopf gefallen? Aber so... Die ist ganz langsam... Ganz langsam? Slow motion auf den Kopf. Ja. Puff! Oh, was haben wir denn hier? Ja. Aber wir sind gerade noch gesucht. Egal. Wird man ja schnell finden, sag ich jetzt einfach mal. Das... Das... Ne, doch nicht. So! Ja, ist gleich vorbei. Ja, ist vorbei. Sehr gut. Ähm... Anzüge... Ne, Outfits müsste es ja sein, ne? Ja. Oder Kleiderschrank. Ne, Outfits. Get-Anzug. Get. Alter, bin ich ein krasser Gangster, ey. Bist du mich verarschen? Das ist voll asozial. Ich steh drauf. Übernehmen. Ey, ich seh so krass Gangster aus. Ernsthaft? Also, haben wir den gleichen Anzug? Bist du in einem anderen Shop? Nö. Nö. Du hast gerade noch dein Bikini an. Ja, noch ja. Bist du einfach nur so eine Jacke? Mit einer Jeans? Ja. Und Ketten. Und so ein Kram. Ja. Das ist voll asozial. Guck mich mal an, Alter. Na, warte. Übernehmen. Also, zu mir passt's. Ja, du siehst kacke aus. Ich seh voll behindert aus. Mann, aber ich seh voll krass aus, finde ich. Ich würd das... Ja, doch schon. Ich find das, bei mir geht das tatsächlich. Ja, du siehst mal wieder. Manche Leute können Kleider tragen und manche nicht. Ja. Tun auch nicht. Leute machen Kleider, ne? Ja. So rum wird nämlich ein Schuh draus. Und, ähm... Ich stampf jetzt mal gehörig auf dem Boden. Okay. So, wollen wir dann einfach, äh... Aua. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich den... Hier direkt... Einfach hier die Straßen langrennen. Hä? Das wäre auch mal interessant. Danke! Wollen wir dann direkt irgendwie auch was machen? Ich würde sagen, wir machen auch mal was, wa? Ja, lass uns direkt auch mal was machen. Pui! So. Zack. Aufträge. Ja. Loyalität, Nütefall. Mache bei Mads Abenteuer mit. Das klingt irgendwie ekelhaft. Ich find's super. Ich bin dabei. Hast du's? Hm? Drückt schon, Tabulator. Ja, ich hab's. Das ist so gut. Wollen wir wieder aufs Schiff oder was? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Wir sind uns mit Mad Miller treffen. Mad Miller? Mad. It's Miller time! Oh, ich bin gerade da. Da, 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 da. Noch 1000 Meter, ooooh. Hey! Ha, 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 ha! Ah, ich find das super, hier alles mit. Mitzunehmen. Das macht tierisch viel Spaß. Ja. Ups. Tschuldigung. Flup, 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 da fliegt alles. Ne Tanke! Oh, wir sind, ist hier so ein riesen Casino oder sowas. Ist ja immer cool. Ja, 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 das war einer der schlimmsten Bosse aus Game of the Third. Was sagst du? Jedes Mal, wenn ich, wenn ich stoppe, werde ich erst mal Q drücken, Alter. Ja. Wenn ich irgendwann komme. Huch. Ja. Richtig so. Wieso hat das nicht funktioniert? Deine Energie nicht voll. Das ist kein Problem, Alter. Bam. Bloody hell, that was fun. Bloody hell, that was fun. Ha, ha, ha. So. Wollen wir, jawoll. Bigge, bigge, fette party. Bigge party. Fette, fette, bigge party. Wie süß mit der Pistole. Das ist nicht mehr so süß. War das auch die Pistole? Ne, ja, ja, ich hab gepupst. Püff, 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 ich hab gepupst. Was? Ich hasse dich. Ich bin vorbereitet. Was? Ich hasse dich. Ich bin vorbereitet. What the fuck? Zombies? Zombies. Warte mal. Für Zombies? Habe ich doch meine Schrotflinte. Kill mit einem Treffer. Ah. 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 It's the fire dance. Ich werde hier voll verkloppt. Ich werde hier voll verkloppt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich schieß schon auf dich ein. Da kommen sie. Wo kommen sie hin? Da. Sauber. Oh, von oben. Warum haben wir hier eigentlich keine Superpower? Superwaffen reichen noch. Ich hab keine Superwaffe. Natürlich. Ich hab nur geilen. Oh, yeah. Wollen wir uns woanders hin stellen? Ich mach das hier irgendwo nicht. Entschuldigung. Kein Problem. Oh. Oh. Oh, wieder um. Mir ist egal, wo wir uns hinstellen. Ich bin da eigentlich recht offen, muss ich sagen. Na. Oh. Haben die jetzt Waffen gehabt oder so? Guck mal, wie geil die Waffe hier drin ist. Was? Hab die auch. Oh. Oh. Voll Party. Du hast die aufgewertet, oder? Kann sein. Oh mein Gott. Verlasse das Casino. Oh, yeah. Oh, langweilig. Ich will richtig schampen. Oh mein Gott. Was nu? Achso. Hä? Oh. Was zur... Was ist das denn für ein Typ, Alter? Oh. Ist unser Typ. Ja, ja, ja. Aber wir können, wir können rausschießen. Auf die Alte da. Ah, er sieht auch ganz cool aus, muss ich sagen. Ja, verlasse das Casino. So. Steige in den Wagen. Oh, oh. So, ich fahre... Oh, guck mal das Moppet. Ja, du fährst, du fährst. Oh mein Gott. Wollen wir nicht das Motorrad nehmen? Ja. Du fährst. Hast du es gesehen? Das sagt sie. Ne. Was? Was zur... Wie? Was? Ist das einfach auf dem Bürgersteig ausgewichen, oder was? Ich glaube, es hat den Typen überfahren hier von uns. Ach. Hier, Nightblade. Was macht denn der da? Der steigt immer wieder auf und ab. Folge ihm. Oh, Alter. Ich glaube, ich habe... Ne. Ich dachte schon, ich habe... Ja, ich habe ein Racketenwerfen. Was? Ein wenig? Na, ich glaube, ich kann nicht sagen, ob Zolle zu töten. Ich wusste, dass du eine gute Zeit hatten. Warst du ehrlich gesagt? Nein, der hat auch Breitreifen. Ach so, okay. Das Auto ist krass, ey. Fuck you. Waaah. Niemand schießt auf. Bleib an den drei. Bleib an den drei. Was ist hier los, Alter? Ich wüsste es auch nicht. Das ist so dumm. Ah! Das sind Angreifer. Das sind Angreifer. Deswegen haben sie uns angegriffen. Nein, ich werde aus dem Auto gezogen. Steige in den Wagen. Bam. Jetzt hat sich der Matt nach vorn gesetzt. Das ist ein bisschen assi. Ich habe Shutcon gesagt, genau. Jetzt kann ich nicht mal schießen. Nicht? Matt, du Wichser, nee. Das war einfach kacke. Alter, was ist denn hier los? Was ist mit den Autos? Es geht denn durch die Autos ab? Ich kann nicht schießen. Du hast die Karre aber auch schon ziemlich gut geschrotet. Der ist nach rechts. Nee, da steht. Nein, der hat mich rausgeholt, der blöde Penner. Was zur Hölle? Los, fahr! Ich kann nicht. Ich bin hier draußen und er hat verkloppt. Los, 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 los. Wie sich einfach irgendein Kackpassant rauszieht. Los, Mann. Zwei, eins, nein. Oh, nein. Nein. Alter, hab ich irgend so irgendein 0815-Typ. Ich glaube, du darfst nicht stehenbleiben. Und Matt darf mich nicht... Du musst vorne sitzen. Ja, Mann. Das ist doch zu... Den hätte ich locker erschossen. Locker aus der Hüfte, ey. Was? Ernsthaft, Alter. Ah, nee. Er kommt. Alter, und in der Jeans. Also, wirklich mal. Dein Arsch sieht auch in der Jeans nicht gut aus. Meiner sieht aber auch nicht so knackig aus, muss ich sagen. Ja, du hast eine Baggy Pants an. Glaube ich. Oder so eine... Nee, die liegt schon recht. Aber mein Arsch ist einfach so platt. Aber bei mir sieht man so die... Naja, die Spalte so sehr in der Jeans. Mhm, mhm. Du bist halt doch eine Frau. Hallo, Matt. Es ist gut, dich wiedersehen. Und du musst du die Protégéin, die ich so viel überhört habe. Warum können wir nicht die Alte kriegen von Nightblade? Hier, die hier so ist. Ich weiß es auch nicht. Die finde ich schon ein bisschen sexier. Wie sie laufen. Waaah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wir werden erschossen! I'm a cop. You know that, right? So. Ich steige ein. Yep. Ja, ich steige auch ein. Matt! Werden beschossen, Matt. Mhm. Ja, von dort. Heute noch. Onward! Toward Battle! Onward! Toward Battle! Dieser Typ, Alter. So, ich hab mal den Raketenweffer ausgepackt, so dass ich gleich uns in die Luft schießen kann. Das finde ich gut. Ich versuche diesmal einfach nur langsam an seinem Arsch zu bleiben. Die ganze Zeit. Wie er wackelt. Wah, 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 wah. Wah, wah. Paranormal Bromance. Ich versuche diesmal nicht auf die Leute zu schießen, damit ich weiß, hinter uns, wer böse ist, der. Swords, up, brothers! Die Waffe ist super bei den vielen Leuten. Gegen Menschen ist es echt ideal. Ideal Stunner-Banken. Ja, ich hab jetzt gerade nur das Problem, dass ich nur noch 4% hatte. Alter, wie er abgeht. Hör man. A Vampire. Schießt du die ganze Zeit? Nö. Irgendwas schießt hier die ganze Zeit aus dem Auto raus. Willst du mich verarschen? Bei mir schießt die ganze Zeit mein Auto. Nö. Ich glaub du bist es. Lädt dich nochmal raus und schieß mal kurz. Okay, danke. Jetzt hat's auch gehört. Nö, ich hab nichts gemacht. Das ist ja krass. Oh, das ist Oldie da. Wer ist das? Nee, da ist ein Oldie an uns vorbeigefahren. Ne, ich vorhin noch nie gesehen hab. Was ist jetzt los? Wieso bin ich bei sich stehen geblieben? Ich hab keine Ahnung, was du machst. Wieso fahren wir hier dauernd im Kreis? Ich hab keine Ahnung. Damit er seine Story zu Ende erzählen kann, wahrscheinlich. Au! Drecks Auto hat mich umgefahren. Wot the fuck? Guck mal, der läuft die ganze Zeit hin. Aaaaaaah. Und der Punk auch. Wir müssen Nightblade hürden. Der ist aber schon stark. Hier ist er dir. Oh, direkt bei mir. Danke, danke, danke. Kein Problem. Und noch vor dem Auto überfallen. Das hat dich voll mitgenommen, das Ding. So, krass. So, wir haben hier noch ein paar Gegner, wie mir scheint. Glauben nicht mehr. Nightblade ist fallen. Ich hab jetzt eins vor Autos, Alter. Guck, guck, guck. Guck, guck. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht, bis ihr eurem Power getroffen habt. Power? Power? Wie würde ich... Du meinst von Nightblade? Es ist eine Waffe, Max. Die Kreaturen der Night müssen verletzt werden. Du lässt Franklin Night die in Veid. Geist, das behindert, Alter. Die Story. Setz dich mal ins Auto hier, bitte. Oh, nein. What? Alter, ist der gay. Das ist ja mal... Krieg ich sein Outfit? Ich glaube, äh, nicht. Würde aber passen. Also, zu mir würde es definitiv passen. Wenn wir das Outfit... Oh, mein Gott, ja. Nein, Superbegleiter nur. Das ist, naja, schade. Schade. Sehr schade. Aber hab ich jetzt meine... Oh, ja, ich hab sie wieder. Oh, ja, ich hab sie wieder.